Wir haben das abgekriegt, die Demo bleibt friedlich, weil wir verschwinden, also raus aus der Demonstration. Wir werden hier loslaufen und kriegen sofort von links auf Gassel. Wir fordern die Einsatzleitung auf, ihre Polizeikräfte der Katrille zu eignen. Ansonsten gehen wir ins Weite, wird unsere Demonstration zu Ende. Und zwar mit dem Leid, den sie eigentlich hat, einen Antikapitalisten schnippt und revolutionieren. Und keinen, sich von der Polizei demütigen und verbringen zu lassen. A. Antikapitalist. 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 Lassenkörner 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 Ei gut Aber sie sind super, die bisschen schlechte Leute Wir haben keinen Bock Unsere Wissen zeigen Zum Beispiel Anfury mit den Patriarchalk Und dass das keine Funktion Hallo, es ist geschafft, hallo, Nachfrage, und wieder aufgeregt, und wieder aufgeregt, und wieder aufgeregt, und wieder aufgeregt, und wieder aufgeregt. Vielen Dank.